Also, dann schatze mal, du warst das grundlegende erstes Mal machen. Alter, Monsterscore. Na ja, dann gehen wir hin, wo ist die Bürger? Die Bürger. Die Bürger. Rechnung offen. Aber ich mag ihn nicht. Ja, ne. Glück gehabt. Ich hab zwei Waffen mit. Ja, die Lurla. Geil. Du wirst dich ja mal eine abfeuern vielleicht. Ohne, weil du keinen Platz hattest. Ich muss weg alles. Na ja, weg nicht, aber wenns passiert, passierts. Das wird passieren. Meinst du? Früher oder später? Na ja, früher später. So, wo habe ich ein letztes gesessen? Ach, da oben. Ich gucke erstmal hier den Berg hoch, den Felsen. Guck mal, ob ich da drüben schon einen rausnehmen kann. Aus der Gleichung. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich verstehe es nicht. Jetzt geht er weg. Also, was? Na, wo schieße ich denn hin? Oh Mann! Meine Ausdauer. Ach, ich muss erstmal Ausdauer. Ich weiß es, da ist das immer noch irgendwo dahin. Scheinbar hat er einen gekriegt. Er fliegt sich. Ich habe den schon einmal getroffen. Ja. Was? Wie kommt die aufs Gefe ab? Er hat die Schüsse gehört, Alter. Da ist er hergekommen. Ja, ja. Das ist doch nicht normal, oder? Ich habe halt keine Munition mehr für die Sniper, Alter. Das ist es ja. Ich dachte mir, so viel brauche ich nicht mitnehmen. Leider doch. Jetzt habe ich 300 Meter eingestellt. Das ist eine geile Stelle, aber hier muss ich sagen. So, jetzt habe ich 400 Meter. Jetzt ist er weg. Ja, das weiß ich. Ey, auf 400 Meter musst du hier einstellen. Wahnsinn. Alter. So weit komme ich gar nicht mit meinem Scoop. Ich komme auch noch auf 300. 200 habe ich bloß. Ich komme auf 450 maximal. Das ist eine geile Stelle, die schießen nicht zurück. Hm? Äh, wir checken es nicht irgendwie. Hm. Das ist selbst für die zu weit. Hm. So, na gut. Jetzt können wir... Ja, ich muss ja den Lkw, der hier an der Straße steht, auf dem Gelände noch. Da müsste man die anderen drüben auf der anderen Halle noch runter schießen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Meter das sind. Na gut, dass man es dann weiß. Hm. Also auf 400 habe ich jetzt genullt. Ja, es müssten knapp 400 sein. 388 kommen, ja. Ach, 380. Warum nicht 381,26 oder so? Das wird hoch sein. Ja. Wir werden es sehen. Wir liegen hier links oben auf dem Felsen drauf und da sind es 350 Meter. Ah, okay. Aber da musst du ein bisschen aufpassen, weil da liegen ja die Minen. Hm. Ja, aber was will ich da auf... Ich sehe die ja nicht. Ja. Da kann ich aufpassen, wie ich möchte. Mach's bumm. Hm. Von an der Ecke, der. Mach ihn doch. Wo denn? Von hier. Wenn du bei mir mal herkommst hier. Okay. Gucken wir mal genau da. Am MG oder was? Am MG, genau. Den kannst du dir genau in den Kopf schießen. Ich habe die Schüsse einschlagen sehen, meine aber. Irgendwie hat's nicht interessiert. Der ist weg. Ja, war easy. Ja, beim ersten Schuss war Rater und das hat ihn nicht gejuckt. Nö. Ich habe meinen Schuss bei ihm einschlagen sehen, aber... Ja. Ob man jetzt runter gehen kann schon? Ja, ja. Gute Frage. Welche sind denn weg? Hm. Ja. Wollen wir uns dann hier unten langschleichen? Ja. Ach so. Dr. Teufel ist hier. Ja. 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 Okay. Sindne Freuhörer wäre ich dann drauf. Die Bahnhofshalle. Nicht wirklich. Oh, die haben mich entdeckt. Scheiße. Ey, die sehen mich doch gar nicht mehr. Nee. Ich habe gesehen, wie es gestaubt hat hier. Ja, ja, ich habe ihn aber zweimal getroffen. Nee, komm weg hier, wir müssen woanders lang. Achso, gleich muss ich flicken. Wir gehen durchs Dorf unten lang, würde ich sagen. Ich habe euch geblieben, gerettet gerade. Da hätte ich euch eitig halt gemacht. Erlebt er noch? Einer Minus. Nee, ich glaube einen haben es knapp. Achso, okay. Ja. Okay. 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 Oh yes. Okay. 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 Auf dem Dach war gerade noch einer rumgeschnöselt. Aber im G sitzt keiner hier unten. Ok, da sind die ewigen Jagdkunde einmarschiert. Können wir da dran gucken. Lass mir das gucken, das ist echt Übungssache. Der ist weg, aber sein Kumpel ist aus dem Nachbarzimmer wieder runter gekommen. Aus dem Nachbarturm. Der ist gerade wieder hoch gerannt. Achso. Der ist gerade wieder hoch, ja. Oh, da kann ja nichts machen da oben, oder? Wo? Der läuft doch, oder was? Jetzt nicht mehr. Ok. 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 Bleius. Ich stehe hier unten bis jetzt. Ok. Bis ich draufgehe. Ich kann das hier um so schwer mit dem Scope einschätzen, wo ich ansetze. Ok. Das MGS ist leer. Umbesetzt. Ich renne jetzt mal hin und einfach. Ich schmeiße meinen Brotsack hierher. Ich schrebe mir mal hin. Hattest du den aus einem Turm rausgeschossen? Nee. Weil das ist keiner mehr oben. Ich hab nur wieder einen hochflitzen sehen. Ich glaube hinter dir nicht ausreiten. Mhm. Ach du bist außerhalb? Jaja. Einer Minus. Stand da oben beim MG. Okay. 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 Hallo. Hi. Ich hab markiert. Da ist er auch. Ja. Bleib. Brauchtest du nicht noch einen Hammer? Ja. Ich hab ihn gefunden. Ja. 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 Hätte ich tatsächlich sogar Platz. Mhm. Ja. 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 Aber um sieben Minuten. Das werden wir nicht mehr schaffen. Ja. 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 Schnell den LKW vorne markieren. Es dürfte keiner mehr da sein. Ich hab hier zwei erschossen. Am Grenade Launcher und am MG ist keiner mehr. Warte ist ja nicht an der Brücke. Mhm. Dann kriegst du den Hammer nicht weg. So. Ich schmeiß ihn mal in den Rucksack hier her. So. Das ist markiert. Ja. Das ist jetzt schnell da rein. Was ist das ein Quizzeiger? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020